Ah, warte mal, ich batterie noch nicht drücken. Hey, ich will auch rein, ich will auch rein. Warte, ich bin unter der Brücke gefangen. Nein, nein, nein. Ich hängte aber drüber fest. Das ist ganz doof. Nein, wieso hab ich den Wind nicht mitgenommen? Wieso? Hoffentlich ist wieder da. Okay, ich komme. Das dauert ein bisschen. Nein! Ich bin halt so gemein. Ich bin wieder mit euch spielen. Juiiii. Warten sich die Batterien wieder leer. Jetzt geht's ab. Nein, ich bin rausgefallen. Oh nein. Mal rumzudrücken. Nein, 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 noch nicht. Was? Das machen wir rumzudrücken und drückt dann erstmal. Oh mein Gott, die sind so leer. Die Batterien sind leer. Echt jetzt? Nein. Oh Mann. Okay, warte, ich komme. Okay, ich hole den Hauptzug nochmal runter. Nein! Ich hab das so. Tschau. Bis gleich. Nein, 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 nein. Ich will nochmal mit. Was? Oh, scheiße. Hey, Cash. Das war echt kacke. Oh Mann. Nein! Das war echt krass. Sehr gut. Wo bin ich schon gelandet? Hier bin ich schon gelandet. Hier bin ich schon gelandet. Oah. Ich bin ist anstrengend. Ich geh oben lang. Das Spiel ist schwer. Ich geh oben lang, jetzt gehst du da auch. Oh. Ich bin unten beim Timo. Hi. Ich geh unten lang. Hi. Ich geh auch unten. Oh Mann, ich geh da unten nicht lang. Ich hab dich noch nicht fest. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Viele Spielsachen. Wooh! Wuhu! Hier oben ist Stromanschluss. Ja hier ist ein Kabel. Hier ist ne Kommode. Blockiert den Eingang mit Möbel. Guck mal, wir haben Postpoten. Äh. Ge.... Ge.. Ge-oma, Ge... Ge-ken, 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 Gacken, Gucken! Da Du Dab De sposób di dish 것이 tor? Haha! wir müssen sie mecklet aufladen ich stehe um koppel rotes kabel liegt auch unten es geht so nicht und stuhl drunter jetzt haben sie verschweißt jetzt mich fest ich habe da bist du jetzt aber auch bis kleinlich hündig da geht sich da um das ding runter ja noch mal ja irgend so ein weißer fuzzi hängt da im kabel drin warte mal oh mein Gott ouch ouch bitte nochmal aufmachen Moment jetzt habe ich einen Krog gestellt jetzt hat er vor allem das jetzt hat er das blaue Kabel verloren ich glaube es nicht ich glaube es nicht du er hat ja schon viel erlebt aber ich darf es nee nee so ich kann mich nochmal kratsch stellen jetzt hier so wenn ich das das blaue lass den bloß los ich habe den ausgerichtet ich werde ihn mal ausrichten ich habe gelacht und dabei gerülpst nee nee gekrrrt also lässt du jetzt mal das Kabel los oder du steck das wo noch rein jetzt da also jetzt ist es offen so bleibt so du musst dich jetzt darüber schwingen ja warte also ausschwingen so und achten los geht's schwingen wie du noch nie geschwungen bist schwingen ohne Mist und achsprung Alter, was macht mein Charakter gerade? oh, oh, wird das was? ja also, da pifi guck mal, wie ich bounce zzz, zzz, zzz ha, 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 ha yo 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 baust du auf bau 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 everybody clap their hands, lad Warum ist die Tür nicht auf? Ich will... Soll das denn? Lassen sie meinen Penis los! Schürs offen! Nein! Schürs offen! Wann hätte das mal los? Geht ihr dein Auslauf? Du hast gezogen, Affe! Ich hab doch nicht gezogen! Ich glaub das Kabel ist kaputt! Nee, das kann jetzt nicht sein! Ach nee! Kein Strom hier oben! Ein Stromstuhl mit Batterie! Wir brauchen wieder zwei Batterien! Arne, wir brauchen die Batterien vor dem Aufzug am Ende! Den hab ich runter gestickt! Nee, da unten ist... Gibt es hier so Batterien? Ja, das ist Frankenstein! Soll ich was ihr meinen? Schön, dass das dann Notausgangstaste ist! Also Ausgang! Aber wo ist das rote Kabel? Es gibt von einer Phase Strom! Das knallt schön! Was ist denn da? Kommt gar kein Strom, weil es der N ist! So eine Nullnummer! Ganz schön weit runter hier! Alter, wie weit geht das denn runter? Bis in den Keller und noch viel viel weiter! Da! Ist er hier jetzt gelandet? Baby! Vielleicht ein Aufzug wieder hoch! Geht nicht? Okay! 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 Da ist das rote Kabel hier zumindest! Ja! Ja, aber es dürfte jetzt... Die sind halt gegen die Hände, werden die alle immer länger! Das ist äh... Ja, hier war aber eben auch die Exit-Taste! Also hier oben ist die Exit-Taste da! Ja, ja! Ja, aber wir haben noch den goldenen Schlüssel noch geholfen! Ja, aber es ist kohle gefehlt! Das ist kohle gefehlt! Das ist kohle gefehlt! Das ist kohle gefehlt! Ich habe immer schon mal hier die rote Schnur für rum! Ich glaube, das hat gar keine kohle gefehlt! Du meinst hat nur kohle gefehlt! Du meinst hat nur kohle gefehlt? Mhm! Ich reiß' ihm den Kopf ab! Wir haben noch Batterien! Hier ist alles unten! Ich reiß' ihm den Kopf ab! Die Batterie sieht komisch aus! Das ist eine Sicherung! Das ist keine Batterie! Sicher! Sicher! Oh! Also als Elektrofahrkraft solltest du den Unterschied dazu erkennen! Das ist ein Holz-Ding! Guck's dir selbst an! Sag, was da an der Sicherung dran ist! Ich habe ein Brett! Ich habe eins vom Kopf! Das ist eine ganz klassische 1948er Holztübelsicherung! Die Holztübelsicherung! Ich habe ja früher oft verwendet! Nein, die zweite! Ich hole die zweite! Die sind dafür bekannt! Die werden braun, schmoren viele! Aber die Sicherung geht nicht raus! Schönes Teil! Und solide! Damals im zweiten... Nö, falsche! Wow! Wie kommen wir denn jetzt wieder zu? Weiß' ich auch nicht gerade! Haben wir die zweite Sicherung! Hä? Ich weiß nicht! Kommen wir da irgendwie jetzt wieder hoch? Nee, hier geht ein Weg nach oben! Wo? Ich weiß nicht! Gut! Ah, okay! Da! Ich finde euch irgendwie auch gar nicht! Einfach bei Grafen-Kracula-Stein! Graf-Kracula-Stein! Wer fährt denn jetzt in den Aufzug? Welch? Welche... Welche... Welche Schmonzenten-Schlampe lebt? Wir brauchen den Aufzug hier unten bitte! Oh, wir brauchen das Ding auch hier! Das ist... Das ist... Langsam wird es mir zu komplex für uns sein! Ah, ich sehe... Bing! Obergeschoss! Damen unter welche! Oh, darf ich... Darf ich auch endlich mal... Darf ich auch endlich mal aufhauen? Darf ich auch endlich mal aufhauen? Hm... Hör mal gern! Ah, kann... Wer... Wer ist gerade im Aufzug? Ich! Komm mal mit runter! Und dann Trime! Dreh mal hier! Untergeschoss Elektro-Fachgeschäft! Dieses komische Kreuz! Hahaha! Das sah auch echt gut aus! Dreh mal an der Kurbel da bitte bei dir! Martin, an diesem Holz-Ding! Damit das Teil rüberkommt für uns! Ach, ist das so? Ah, hier sind die alle! Ich habe euch wieder gefunden! Jaaa! Du brauchst zwei Hände für die Sicherung, was ist das so? Boah! Diese ganz klassische Einhand-Sicherung! Achso! Ich hab's vergessen! Stimmt! Das ist eine Einhand-Sicherung! Erstmal die Sicherung reinlegen! Warte! 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 Und dann dir! Nein! Nein, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Stopp! Ah! Nicht loslassen! Bippin! Lasst das Kabel nicht los! Ihr nehmt mich mit! Das Kabel liegt hier unten! Ihr nehmt mich schön mit da oben! Könnt ihr mal grad vergessen! Ich komm damit hoch! Zieh! Ich kann mal vergessen! Ja, zieh! Ich bin nicht los! Ich bin nicht los! Ich bin nicht los! Sag mal die Dich! Ich weiß nicht! Jungs retten uns! Dich zurück! Kurbeln Warte! Hier! Ich bin hier! Falsche Richtung! Hälke! Du musst an die Kurbel! Oh man! Es kann dauern! Nein! Jetzt ist auch egal! Hälte es auch untergefallen! So! Ich hab's gedreht! Jetzt sind wir alle untergefallen! Jetzt sind wir alle untergefallen! Okay, jetzt können wir aber alles zurückholen bitte! Nochmal die Schiene nochmal zurück bitte! Oh! Ernsthaft? Weißt du wie schwer das ist? So verlieren wir uns nicht! Ich muss das Ding festhalten! Okay! Ihr habt hier da Feuerlein? Oder ist das so? Warte, warte, warte! Ich bin so süß aus! Warte, 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 warte! So, warte, warte, warte! Zu, wo muss denn das gedönse Reun, sang-Simon! So, wo muss denn das gedönse Reun, sang-Simon! Okay! Seid ihr da? Noch ein Stück! Noch ein Stück! Nein! Lasst los! Lasst los! Bibi! So, so, so! So, so! Seid ihr jetzt da drin? Ne, irgendwas stimmt sie nicht! Noch ein Stück! Aber ich komm doch immer näher, oder? Noch ein Stück! Noch ein Stück! Der Pippi liegt unter dem Kabel! Ich bin durch die komplette Wand mit dem Kabel gewackt! So? Ist sie jetzt endlich da? Warte mal hinne! Warte kurz! Der Pippi zieht mich weg! Warte, ich helf dir gleich! Ich muss da kurz reinkommen! Der Pippi zieht gar nicht mehr! Pippi ist gar nicht dran an dem Kabel! Ja, wir haben das einmal durch die Mauer gezogen! Komm doch nicht rein! Das ist unglaublich! Das kann ich doch nicht anschließen! Ich bin drin! Ich bin auch drin! Kannst los gehen! Kannst los fahren! Okay, anders Richtung jetzt! Zies Kabel ein! Zies Kabel ein! Zies Kabel ein! Oh Gott, es ist gar nicht so einfach so entfernt! Geck! 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 Wo ist der Aufzug? Ich hab das erste neulich in diesem Spiel was... Gebrauch' den Aufzug! Das ist, weil du auch ein Holzbein hast, so wie ich. Was machst du damit mit den Katzen? Au! Nimm mich mit! Okay, los geht's! Alter lass die Aussicht mal angucken, das ist lässig hier. Guck mal, der ist so besoffen, ich muss zentralen stützen. Das ist die Cache. Weil hier ist 512. Ich bin nicht, ich gell. Folgen Sie mir bitte. Ja, Johan. Wusstest du gar nicht? Doch, ich hab V gedrückt. Ah, okay. Wiss, oh, also die Ketten. Ich hab eben so lange gebraucht, um mich nicht mehr hochzukommen. Einfach W drücken. Ja, aber meine Maus funktioniert nicht so gut. Oh, da war irgendwie auch der Stufe gerade recht falsch. So, hier die Sicherung rein. Hä, wo? Ja, Sprengette! Das Kabel muss nach Uni. Wo hast du die Sicherung hin? Nach unten? Oh! Oho! Oho! Was hat der da getan? Halt die vor dir. Okay, kann mich jemand hochfahren? Ne, kanns. Wo ist die andere Sicherung, Martin? Die liegt da noch am Aufzug. Ne. Ich trage sie doch nicht allein beide hoch. Hat die auch nicht. Hat die auch noch ne Sicherung gefunden. Der Martin hat auch eine schon oben angeschlossen. Egal oder drei. Hä? Zwei. Die tut sich aber ja was schwer, die Sicherung, du. Ja, stimmt. Komm ich so jetzt mal hier. Auf jeden Fall keine Riese. Ohne, das ist so nicht. Meine ist, naja, nicht wirklich drin, aber drin. Das ist aber auch nicht so leicht. Dann wir das mal machen. Äh. So. Und so. Ich bin der nach diesem Gartenschlag umreitet. Könnte auch ein bisschen dauern hier oben. Und das da unten. Ihr auch. Moment. Moment. Äh. So. Und jetzt da rein. So. Nein. Mist. Äh. Ist aber auch schwer, die Figuren. Ihr habt schon den Hebel in der Hand. Ja, aber hier passiert noch lange nichts. Ja, ja. Boah. Was? Nein. Jetzt hat er gerade mit seiner Gesätenmuskulatur die Leitung verschoben. Warte, Martin. Ich kann mir den Sieg angucken. Ich bin mir nicht gegen den Kopf gefallen. Geh weg. Lass los, du machst kaputt. Schieb rein. Schieb rein, sagt er. Ja. Ein Rein Team. Wir sind fertig unten. Hat schon Funktion. Funktioniert? Hat schon Funktioniert, oder was? Ne. Ne, Kabel sind drin. Und es, und es spitzelt. Soll ich zuschalten? Ja. Nein, noch nicht. Wir sind noch die Sicherung nicht drin. Jetzt, du bist ja besoffen. Ich hab dich. Ich hab dich. Du musst das selber loslassen. Das dreht sich aber auch jedes Mal, wenn du es auf der einen Seite festhält, komplett weg. So. Kann ich 10 Sekunden machen? Irgendwie drüben? Mach's dir. Komm. Ich mach's dir. Gern. Was machst du denn da? Ich versuch den, ich stell mich gerade davor und versuch ihn mit beiden Händen zu greifen und jedes Mal macht er so ganz komische Sachen damit. Was machst du denn mit? Ich hab's dir einfach den Türen los. Nein. Ja. 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 Heilen lassen. Jetzt die beiden Händen loslassen mit der rechten Hand. Genau. Ja. Die Gummihänne. Ja. Ja. Drei. Zwei. Eins. Wackenscheißposter. Oh. Wackenscheißposter. Wackenscheißposter. Er brennt. Es leeeeeebt. Es hat mich mitgenommen. Ist der Ausgabe, oder? Ja. Ja. Hallo, da ist mein Old Packenstein. Ich nicht. Oh, so, aber das Level machen wir jetzt nicht mehr. Nee. Oh je. Wir merken uns, wo wir waren. Ach, da ist jetzt noch eins. Oh Gott. Ja, ja. Es ist ein never-ending story. Oh nee. What? Hahaha. Ja komm. Cut. Ist gut. Ist gut. Cut as you. Cut as fuck. Nimo, verpiss dich. Okay, ciao. Was? Das ist aber jetzt aber sehr plötzlich, du. Also, zack, zack, bumm, bumm. Das ist einfach weg. Keine gute Nachtgeschichte mehr. Hör noch nicht weg. Na, sorry. Ja. Das war gut hier. Gut, Jungs, gut hier. Zack, wir sind schon am nächsten Punkt. Nee, nix mich nie. Okay, Kinder. Also, wir machen hier weiter. Nächster Level ist dann für uns dieses Level hier Dampf genannt. Das merken wir uns. Steam. Ja, das nächste Level ist auf Steam. Guter Gang. Gut. Boah, das Spiel ist angestrengt. Na, ist lustig. Spiel ist schwer. Das auch. Ich war's lustig. Ja. Dann wünsche ich den Damen und den Herren einen schönen Abend auch. Das wünsche ich ebenso. Es ist eine schöne Zeit, sowas zu wünschen jetzt. Ich wünsche euch auch ganz ok. Ich bin dabei, so. Ich bin dabei und ich bin raus. Und ich bin dabei und ich bin wieder raus und ich bin dabei und bin wieder raus. Und dann macht es der vierte. Auch das ist der vierte. Vielen Dank.